Ja, dann machen wir noch eine Sache. Gesehen habe ich, dass im Schülerbereich man überhaupt gar keine Umfragen erstellen kann. Das geht im normalen Bibli-Bereich. Leider, das wäre jetzt noch interessant gewesen. Was jetzt noch übrig ist, ist hier dieses Social Media Icon, wo man das hier einfügt. Dann hat man hier Platzhalter, Facebook, Twitter, Instagram. Mit LinkedIn und E-Mail, um das Ganze abzusetzen, kann man natürlich hier noch so einen Teiler einfügen. Und dann ist das hier mit so einer Linie abgesetzt. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, kann ich natürlich die Symbole verwalten. Ich kann sie ausblenden, einblenden, wobei das eigentlich gar nicht notwendig ist, weil wenn ich hier nichts hinterlege, dann werden die praktisch dann die Symbole gar nicht erst angezeigt, wenn ich die Seite veröffentliche. Gehen wir mal im Einzelnen durch. Also hier kann man natürlich nicht nur www.facebook.com eingeben, sondern halt mit dem Schrägstrich dann zum eigenen Profil. Jetzt mal nur die Seite. Twitter gebe ich mal nichts ein. Bei Instagram, das blende ich aus, dass man mal den Unterschied sieht. E-Mail machen wir mal schnell. Web at web.de Okay, dann gehen wir auf Veröffentlichen und schauen uns mal diesen Bereich an. Hier muss man sich nochmal einloggen. Downloads. So, und man hat nur bei Facebook was eingegeben, bei der E-Mail. Die anderen beiden Symbole, die tauchen gar nicht auf. Wenn ich hier draufklicke, dann geht Facebook auf. Wenn ich hier draufklicke, dann habe ich allerdings nur die Möglichkeit, über den Rechtsklick zu sagen, Link kopieren und kann dann praktisch im E-Mail-Programm diese E-Mail dann entsprechend eingeben. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Homepage-Baukasten. Denkt dran, alles was er veröffentlicht, muss rechtlich geklärt sein. Am besten macht er die Sachen alle selber, Grafiken, Fotos. Wenn er sie woanders herholt, müsst ihr schauen, dass ihr entsprechende Lizenzen und Berechtigungen habt. Und falls die Seite öffentlich ist, dann braucht sie auf alle Fälle ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. So, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Layouten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020